Las mejores Empanadillas de Atun. Das wird ganz übel. Rinder, der Mann mit dem Teigdeckel ist wieder da. Hier müsst ihr jetzt auf jeden Fall den Rand halten. Drück ihn ran, den Dude. Oh Gott, hoffentlich platzt mir der Hugo nicht auf. Es ist immer alles möglich und Rinkowski. Ich muss sagen, das Ei schlägt sich relativ gut. Vicky, also wenn das Teil nicht komplett eskaliert, dann weiß die Sache auch nicht, ne? Hab in den Ludwig van Beethoven. Ah, weil mir sind dann bei der Deal gemacht. Holy fuck, schmeckt das gottlos, Alter. Vicky, willst du es mal probieren? Nee, komm.